Hey YouTube, herzlich willkommen zur Analyse-Ecke Tour de France 2024, Etappe 11. Reicht jetzt auch mal langsam mit dem Thema Flachetappen und Massensprint. Heute ist ein ganz interessanter Tag. Wir haben eine Fluchtgruppe, wir haben einen Großkampf in Sachen Gesamtwertung, wir haben Attacken weit weg vom Ziel, wir haben alle Kapitäne einzeln ohne Teamkollegen, wir haben Sprints und Bonussekunden, wir haben fragwürdige Teamstrategien oder anders ausgedrückt Etappe 11. Da lohnt sich definitiv nur bei den letzten 40 Kilometer komplett in der Wiederholung sich reinzuziehen und wir haben ganz viel zu analysieren und über das wir noch reden müssen. Also, los geht's! Aber zunächst nochmal, das hier ist das Streckenprofil von Etappe 11. Wir haben eine relativ leichte Anfangsphase, da wird es sehr schwer, eine größere Gruppe zu etablieren, aber auch sehr viele Fahrer, die ein Interesse daran haben, heute in die Fluchtgruppe des Tages reinzukommen, weil hinten raus ist dann durchaus die Chance, dass die Fluchtgruppe fahren gelassen wird und heute den Tagessieg unter sich ausmachen darf. Wir haben ein sehr schweres Finale mit kurzen, steilen Anstiegen, 4 Kilometer, 9 Prozent, 5 Kilometer, 8 Prozent, nochmal 4,5 Kilometer, 8 Prozent. Da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, auch später dann im Hauptfeld unter den großen Favoriten sich abzusetzen und Lücken zu reißen. Die Anstiege sind auch ungleichmäßig, das heißt, da sind auch kurze Rampen dabei mit teilweise über 12 oder 14 Prozent Steigung. Das spielt Windschatten eine wirklich sehr geringe Rolle und da gibt es definitiv die Möglichkeit, Lücken zu reißen aufgrund von Tempobeschleunigung. Das heißt, das sind auch alles nur Anstiege von teilweise nur so 10 Minuten Fahrzeit. Hier geht es definitiv mehr auf Puncheur-Qualität, das heißt Beschleunigung, Tempowechsel, weniger auf Schwellenleistung. Aber wenn man Lücken reißt und es dann chaotisch wird, dann geht es halt danach auch wieder eine Abfahrt rein. Da spielt Windschatten eine sehr große Rolle und danach kommen auch noch ein paar leichtere Anstiege. Vor allen Dingen der letzte etwas längere Anstieg ist 3,5 Kilometer mit nur 5,5 Prozent im Schnitt und danach nochmal eine sehr kurze, aber durchaus extrem anspruchsvolle Abfahrt und dann nochmal eine leichte Gegenwelle für einen, ja, Mini-Bergauf-Sprint. Aber das macht es heute nun wirklich in Summe sehr kompliziertes Finale, wie man das Ganze taktisch vernünftig angeht. Die Vermutung von Remco Venepul vor dem Start ist, dass hier heute die Tagesgruppe fahren gelassen wird, damit dann auch schon mal die Bonussekunden weg sind. Es gibt heute einmal auf einem Anstieg 8 Bonussekunden für den ersten Fahrer und dann auch später nochmal ein Ziel halt sehen. Und seine Vermutung ist, dass das heute die anderen Teams um die Gesamtwertung eher kontrollieren, zusammenhalten und das macht es halt einfacher, wenn dann die Sekunden schon mal weg sind, als das Ganze hier von dem Tagessieg in der zum Beispiel Sprintentscheidung zusammenzuhalten. Das ist gerade mit dieser anspruchsvollen Anfahrt auch auf den letzten Meter, mit diesem, ja, Geschlängel auf dieser wirklich schwierigen Abfahrt gar nicht so leicht vorzubereiten. Und die andere Alternative ist dann halt zum Beispiel Solo-Vorstoß weiter weg vom Ziel, aber dann natürlich auch mit dem großen Risiko wieder verbunden, dass man vorher wieder eingeholt wird. Also so zumindest mal die Erwartung von Remco Venepul vor dem Start. Aber da kann ich schon mal ein bisschen vorspoilern, UAE hatte andere Pläne. Aber bei Kilometer 0 sehen wir, wie zu erwarten, erstmal eine sehr aktive Startphase. Sehr viele Teams, vor allen Dingen aus den Nicht-Gesamtwertungsmannschaften, die versuchen, in diese Fluchtgruppe reinzukommen. Ist aber gar nicht so leicht, weil ein Fahrer, der heute den Tag gewinnen will, der braucht definitiv Bergfahrerqualitäten, führt dann das schwere Finale hinten raus. In der Anfangsphase ist allerdings relativ flach. Und da ist es dann wiederum als Bergfahrer gar nicht so leicht, in diese Fluchtgruppe reinzukommen. Wir sehen ein unglaublich langes Hin und Her, bis ich da wirklich eine Gruppe lösen kann. Im Prinzip fahren die hier über zwei Stunden mit 50 kmh im Durchschnitt. Und das ohne, dass eine Mannschaft jetzt explizit kontrolliert und eine Gruppe wieder einfangen will, sondern einfach nur, weil ständig dieses Gespränge und wieder Gegenattackieren und Hin und Herattackieren losgeht. Und was wir aber auch sehen, ist, dass zum Beispiel die Mannschaft Wismar-Lisebike sehr gerne einen Fahrer vorne in dieser Fluchtgruppe drin hat, als wahrscheinlich Relaisstation. Wir sehen hier zum Beispiel Wout von Arndt, der es mal von vorne versucht. Wir sehen aber auch mal an der anderen Stelle Christoph Laporte, der sich mal leicht absetzen kann. Und das wäre gerade auf dem Streckprofil eine wirklich sehr gute Variante, wenn man da die schweren Fahrer vielleicht vorne in diese Gruppe reinbekommt. Wir haben ja eine sehr lange Anfahrt, die im Prinzip flach. Da braucht Jonas Vingegard jetzt gar nicht so viele Helfer, die in einem Hauptfeld drin sitzen. Aber dann geht es rein in die ersten steilen Anstiege, schon so bei 45 km vor dem Ziel. Und dann kann es durchaus sein, dass da außer einem Keldermann oder einem Matteo Jürgensen quasi keiner mehr von der Mannschaft dranbleiben kann. Vielleicht sogar, je nachdem wie hoch das Tempo angeschlagen wird an dem Anstieg, Jonas Vingegard komplett isoliert ohne Teamkollegen. Und dann wäre es sehr gut, wenn man schon einen Fahrer vorausgeschickt hätte. Das funktioniert nur leider nicht ganz wie gewünscht, weil sich diese Gruppe mit zum Beispiel Wout von Art oder auch die Gruppe mit Christoph Laporte halt nicht lösen kann. Und es ist sehr schwer vorherzusagen, wo und an welcher Stelle jetzt heute die Gruppe des Tages entsteht. Zur Vollständigkeit muss ich aber auch sagen, dass ich vom Team Suda Quickstep als auch vom Team Red Bull Buranskoa jetzt keinen so offensiv in der Aktion sehe. Also heute keine Relaisstation für Vingegard, weil es nicht funktioniert. Und keine Relaisstation für Roglic oder Wernepul, weil, ja, man das nicht versucht. Und dann noch ein anderes Thema. Man sieht heute, Richard Carapaz von Education First hat sich für den heutigen Tag richtig was vorgenommen. Das Tappenfinale liegt ihm auf jeden Fall. Den sieht man ständig von vorne, wie der Solo attackiert, wie der in Zweiergruppen attackiert, ständig mit der Nase im Wind irgendwie versucht, sich hier abzusetzen. Der will unbedingt in diese Gruppe rein. Der muss allerdings auch ein bisschen aufpassen, dass er es nicht zu offensiv probiert, weil der hat den Tag noch lange nicht gewonnen, wenn er dann später in einer 10er, 15er Fluggruppe drin ist, dann auf dem Papier vielleicht sogar der beste Bergfahrer wäre, aber sich komplett alle Körner verschossen hat und plattgefahren hat. Es gibt da eine Fahrweise, dass man mit einem Teamkollegen, einem sogenannten Schlepper, gerade in dieser flachen Anfangsstartphase, am Hinterrad von seinem Schlepper in diese Gruppe reingezogen wird. Der verpulvert dann noch gerne komplett seine Kräfte in dieser Startphase, aber der hat ja nur das Ziel, irgendwie Kräfte schonend seinen kleinen, leichten Bergfahrer in diese Gruppe reinzubekommen. Aber ich will mich jetzt an der Stelle gar nicht so lange mit der Thematik aufhalten, weil hinten raus auf der Etappe noch so viel passiert ist. Ich habe dazu schon mal ein bisschen mehr erklärt. Auf der Giovo Italia Etappe, die so ein bisschen mini Strade Bianca war, da hatten wir nämlich genau das ähnliche Problem. Mit einer langen, flachen Startphase und hinten raus sollte die Etappe eigentlich an die Fluchtgruppe abgegeben werden. Aber ich springe mal ein gutes Stück weiter nach vorne, 130 Kilometer vor dem Ziel, immer noch keine wirkliche große Fluchtgruppe, die sich entscheidend abgesetzt hat. Wir sehen jetzt Richard Carapaz mit einem anderen Kollegen von vorne. Aber jetzt löst sich so langsam dahinter die Gruppe des Tages. Euer Laskane von Movistar, Paul Lapira von Aje de Sela Monial, Ben Healy, ebenfalls Education First, kommt noch nach vorne zu Richard Carapaz, Education First. Und wir haben noch den jungen Oscar Only vom Team DSM. Der gilt so ein bisschen als zukünftige GC-Hoffnung. Das ist im Prinzip seine erste große Landesrundfahrt über drei Wochen. Also der ist letztes Jahr schon mal zwei Tage bei der Vuelta dabei gewesen. Hat da wahrscheinlich die beste Erfolgsquote, die ein Radprofi jemals erreichen wird. Tag 1 gewinnt er das Mannschaftszeitfahren, an Tag 2 fährt er nicht mehr bis ins Ziel. Aber was ich sagen will, das hier vorne ist eine richtig starke Gruppe. Da ist auch keiner zufällig hingekommen, sondern nach zwei Stunden ständigem Attackieren bei über 50 km Durchschnittsgeschwindigkeit. Und jetzt geht es so langsam in die ersten Anstiege rein. Die Gruppe ist auf Stärke weggefahren. Und hinten sehen wir die Mannschaft UAE, die sich jetzt an die Spitze vom Hauptfeld setzen. Ist schon eine wirklich sehr stark reduzierte kleine Gruppe geworden. Aber die versuchen jetzt mit ein bisschen gedrosselter Geschwindigkeit da ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Man darf jetzt nicht komplett zum Stillstand kommen, weil dann gehen die Attacken weiter und dann entstehen Lücken. Und da muss man vielleicht wieder Fahrer, die man nicht vorne in der Fluchtgruppe drin haben will, wieder dann die Lücken zufahren. Deswegen fahren die so ein gewisses Grundtempo weiter, wo nicht ganz so viele vielleicht noch auf die Idee kommen, jetzt nochmal loszufahren. Aber man versucht halt langsam diesen Vorsprung von dieser Gruppe vorne etwas größer und größer werden zu lassen, bis dann eine Minute ist. Und dann sollten die hinten verstanden haben, okay, die Gruppe ist weg. Und die Gruppe passt ja aus Sicht vom Team UAE. Da ist keine andere Mannschaft drin in Sachen Relaisstation. Das heißt, Wismar Lisebike ist nicht vorne vertreten. Da ist kein anderer Fahrer drin, der eine ernsthafte Gefahr in Sachen Gesamtwertung ist. Okay, Ben Healy, Richard Carapaz, also eine halbe Stunde darf man denen nicht geben. Aber das ist jetzt erstmal kein Problem. Aber wir sehen auch quasi auf der letzten Rille, bevor die Gruppe vorne weg ist, löst sich nochmal eine kleine Gruppe und versucht ja quasi rüber zu springen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sie sich abgesprochen haben. Das sind nämlich vier Franzosen. Julien Benard, Bruno Amirai, Romain Quegoire und Guillaume Martin. Vier unterschiedliche Mannschaften. Teilweise haben die auch schon einen Fahrer vorne. Aber für alle macht es auf jeden Fall Sinn, diese Gruppe vorne noch ein bisschen größer zu machen. Und nachdem die Gruppen dann zusammenschließen, haben wir jetzt tatsächlich, nachdem schon die Hälfte vom Rennen vorbei ist und nur noch 100 Kilometer zu fahren sind, die stabile Rennsituation des Tages. Vorne eine 10er-11er-Gruppe und in der Verfolgung das Team URE gibt der forderen Gruppe zwei Minuten Vorsprung. Und da sieht man allerdings auch dran, die fahren im Prinzip hinten schneller, als es eigentlich müssten. Wenn die Gruppe mit fünf Minuten Vorsprung heute um den Tagessieg fährt, ist das in Sachen Gesamtwertung erstmal kein Problem. Aber URE kontrolliert die mit so einem harten Tempo. Die haben definitiv heute auch was vor in Sachen Tagessieg. Dann noch eine Szene, die wir auf jeden Fall erwähnen müssen, weil die vielleicht nochmal zur Wiedervorlage kommt. Wir sehen, eigentlich kontrolliert heute die ganze Zeit nur das Team URE. Aber in so einer Mini-Abfahrt setzt sich das Team Wismar Liseberg mal an die Spitze vom Hauptfeld. Einfach um das Sturzrisiko, um Jonas Wingegard noch weiter zu minimieren, in vordere Position in diese Abfahrt reinzugehen. Aber wir sehen dann ausgerechnet, wie Wout van Aert in der Abfahrt zu Fall kommt. Der hat irgendwie die Kurve zu falsch eingeschätzt, ist da zu schnell reingefahren. Wir sehen, wie er es sogar noch artistisch schafft, hier auf diesen Randstein, auf diesen Bürgersteig von dieser kleinen Brücke zu hoch zu springen. Rutscht dann aber noch weg und kommt zu Fall. Der verliert bei der Aktion den Anschluss zum Hauptfeld, weil er sich irgendwie hinten das Schaltwerk abreißt. Aber hoffen wir mal, dass das das einzige Problem des Tages war. Und ja, vor allen Dingen, dass der sich hier nicht schwerer verletzt hat. Dann springe ich mal weiter nach vorne. Und zwar in den Anstieg 32 Kilometer vor dem Ziel. Das heißt, da gibt es oben raus eine steile Rampe. Und wir sehen, wie hier Adam Yates richtig hartes Tempo vorlegt. Das heißt, er bereitet sich hier definitiv einen Angriff vor. Und wir sehen auch, wie nach hinten reihenweise die großen Bergfahrer aus diesem Hauptfeld oder reduzierten GC-Favoritengruppe rausplatzen. Was mich überrascht, wir sehen hier Juan Ayuso, der relativ früh in Problemen ist und den Anschluss dieser Gruppe verliert. Wir sehen, wie Mathieu Jürgensen von Wismar-Liseweil Probleme hat. Aber Wilco Keldermann ist noch dabei. Da hätte ich definitiv eine andere Reihenfolge erwartet. Wir sehen, Simon Yates ist wieder früh in Problemen. Wir sehen, Jay Hindley ist abgehangen. Das heißt, Primoz Roglic ist jetzt komplett solo isoliert. Emke Venepoel hat noch einen Helfer mit Mikkel Lander. Egan Bernal ist relativ früh in Schwierigkeiten. Rodriguez hält sich gut. Muss dann aber auch irgendwann reißen lassen, zusammen mit Giulio Ciccone. Aber hier vorne geht vor allen Dingen jetzt richtig die Post ab. Wir sehen, wie zu erwarten, den Angriff von Tade Pogaccia im gelben Trikot. An Position 2, die nächste Verfolgergruppe, ist Primoz Roglic von vorne mit Jonas Wingelgaard am Hinterrad. Die zwei gehen auch mal aus dem Sattel und versuchen, diesen Antritt, diese harte Beschleunigung irgendwie mitzugehen. Hingegen Remke Venepoel geht direkt in Zeitraummodus rein. Und das ist hier der Fahrer an vierter Position von vorne. Und am Hinterrad sitzt João Almeida. Der geht auch sofort in Tempomat. Aber auch die Gruppe Roglic und Wingelgaard zerfällt kurz vor der Gruppe. Und wir sehen, wie quasi in 30 Meter Abständen erst oben Tade Pogaccia, dann Jonas Wingelgaard, dann Primoz Roglic. Und zum Schluss Remke Venepoel über diese Bergwärtschung drüberfahren. Und in der Abfahrt drin schafft allerdings jetzt Wingelgaard nicht ganz das Tempo von vorne Tade Pogaccia mitzugehen. Stand jetzt in der Abfahrt oben sind es nur 10 Sekunden. Die Lücke geht allerdings immer weiter auf. Und der fällt ein bisschen zurück oder wird aufgefahren von Primoz Roglic. Das heißt, die schließen erstmal als Zweiergruppe zusammen. Und hinten auf der vier, Remke Venepoel, da bildet sich langsam immer eine größer werdende große Gruppe um die anderen GC-Favoriten, Mitfavoriten. Das heißt, Ciccone, Almeida, Rodriguez. Und diese etwas größere Verfolgergruppe fährt zumindest etwas schneller in der Abfahrt, wo dann ja auch Windschatten wieder eine Rolle spielt. Und auch ein bisschen auch Handling. Die fahren zumindest schneller als Zweiergespann um Primoz Roglic und Jonas Wingelgaard. Und schließen unten im Tal jetzt an die wieder auf. Aber nach vorne, der Abstand zu Tade Pogaccia beträgt jetzt unten, ja, 35 Sekunden auf diese größere Gruppe. Oben am Start von der Abfahrt waren es nicht mal 10 auf Jonas Wingelgaard. Man hört allerdings auch, dass Jonas Wingelgaard über den Teamfunk mal die Anweisung bekommen hat, sich ein bisschen eher zurückzuhalten auf der Abfahrt, ein bisschen die Räfte zu schonen. Und auch ein bisschen den Vorteil von den anderen Fahrern, wie zum Beispiel in Roglic, auszunutzen. Das heißt, Jonas Wingelgaard fährt heute im Finale drin ein wirklich brillant kluges Rennen, nutzt überall seine Konkurrenten, um überall noch so ein bisschen den Vorteil rauszuziehen. Und hingegen Roglic, genau das Gegenteil, ist eher ein bisschen dazu verleitet, über die Schwelle drüber gewesen zu sein. Der hat sehr viel in diese Führungsarbeit mit rein investiert, wo er zusammen mit Jonas Wingelgaard unterwegs war und eine Lücke auf Remke Wendepoel hatte. In meinen Augen ist das hier ja das große Duell ums Podium, wer dritter und wer vierter wird. Aber dabei ist Roglic wohl ein bisschen übers Limit gegangen. Der bricht ein, wird einmal ja zum Beispiel von Wendepoel mit dieser großen Gruppe in der Abfahrt geschluckt. Unten im nächsten Anstieg attackieren die zu zweit wieder raus. Da kann allerdings allerdings das Tempo nicht mitgehen und fällt dann wieder an Remke Wendepoel zurück. Also da soll man nochmal einer behaupten, Radrennen wären langweich geworden seit Leistungsmessern. Die sind hier im Rennen erlaubt und wir haben trotzdem so viele Verschiebungen, von Fahrern, die sich vielleicht ein bisschen überschätzt haben oder sich zurückhalten, um mit anderen wiederum irgendwelche Allianzen zu schließen, im Windschatten sich abzuwechseln. Das hier ist hervorragend unterhaltsamer Sport und ganz großes Spektakel. Die vier großen Namen im Prinzip teilweise alle solo unterwegs. Aber wir sehen jetzt auch hier vorne der Abstand Jonas Wingelgaard auf Tadepogaccia. Das waren ja zwischenzeitlich mal 35, fast 40 Sekunden. Und nachdem er diese Gruppe ein bisschen benutzt hat, springt er jetzt auf dem schweren Anstieg 15 Kilometer vor dem Ziel einfach die Lücke zu Tadepogaccia zu. Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich hatte für einen kurzen Moment schon gedacht, die Tour de France ist gelaufen. Tadepogaccia fährt heute über eine Minute raus. Aber wir haben jetzt ein neues Bild. Kurz vor der Spitze schließen die zwei zusammen. Und das ist die Bergwertung, wo es oben 8 Bonussekunden zu vergeben gibt, beziehungsweise 5 für den zweiten. Und statt, dass da irgendeine Fluchtgruppe jetzt so drüber wegrollt, wir sehen jetzt einen Kopf-an-Kopf-Duell zwischen den zwei ganz großen Namen. Bergauf-Sprint, um dann quasi nur noch 3 Sekunden rauszuholen. Und den Sprint hier gewinnt Tadepogaccia. Als dritter Fahrer kommt hier Remke Venepul vorbei, der kriegt noch zwei Bonussekunden. Und vierter Fahrer als Primus Roglic, der geht leer aus. Das war jetzt allerdings auch der letzte wirklich schwere Anstieg, wo man wirklich hätte Unterschiede und Lücken rauszuholen können. Jetzt geht es noch diesen 5,8% Anstieg rauf und danach noch zu diesem Schluss-Sprint ins Ziel. Und hier ist eine ganz interessante Frage, wie jetzt diese zwei Zweiergruppen zusammenarbeiten werden. Windschatten spielt jetzt bei diesen etwas niedrigeren Prozentzahlen definitiv wieder eine Rolle. Und jetzt fangen halt vielleicht die Taktik-Spiele an, und dass man sich vielleicht wieder einholen lässt. Aber wir sehen hier, wie auch selbst ein Jonas Wiengegart mit durch die Führung durchgeht. So, selbstverständlich ist das ja gar nicht, wenn Tadepogaccia dieser Überfavorit sein sollte. Wäre es vielleicht strategisch gar nicht so schlecht, wenn Tadepogaccia noch mehr als einen direkten Konkurrent hat, den er die ganze Zeit nur als Manndeckung kontrollieren müsste. Aber die zwei beteiligen sich beide an der Führungsarbeit. Das heißt, die verhindern, dass diese andere Gruppe um Roglic und Venepul wieder aufschließen kann. Und natürlich auch hinten die Frage, ob irgendeiner von den beiden nur draufliegt. Das ist ja wahrscheinlich das direkte Duell ums Podium. Aber auch hier beteiligen sich beide, wenn auch vielleicht Venepul ein bisschen mehr macht. Ich habe auch das Gefühl, der hat im Finale drin ein bisschen mehr Körner geschont. Und Roglic war ja mal ein Stück weiter vorne und ist dann zurückgefallen. Aber beide haben auf jeden Fall auch erstmal daran ein Interesse, hier diese Dreiergruppe, um zum Beispiel auch Rodriguez, das heißt noch andere Favoriten, ein bisschen auf Distanz zu halten. Und natürlich auch die Lücke nach vorne aufs gelbe Trikot jetzt nicht wahnsinnig weit aufgehen zu lassen. Was halt teamtaktisch nicht ganz so kürzlich gelöst ist, ist vor allen Dingen mit Sicht Team UAE, diese Co-Kapitän-Strategie. Zum Beispiel Jawa Almeida sitzt jetzt in dieser Gruppe 3 hinten mit drauf, geht natürlich mit nicht durch die Führungsarbeit mit durch. Weil man will ja nicht, dass diese Verfolgergruppe um Venepul und Roglic immer größer wird und dadurch auch schneller wieder an vorne Pogaccia und Wingegaard rankommt. Aber dadurch sind diese Co-Kapitäne, auch zum Beispiel ein Adam Yates oder auch ein Juan Ayuso, in so einer Situation gefangen, dass die heute deutliche Zeitabstände kassieren und dadurch ein bisschen diese Strategieoption mit einer zweiten, dritten Kapitänsspitze verloren gehen. Wir hatten ja eine Situation, wo zum Beispiel Venepul und auch Roglic von ihren Teamkollegen getrennt waren. Und wenn man es da schafft, erst mit diesem kleineren Co-Kapitän von UAE loszuattackieren, das heißt, dass sich ein Almeida, ein Ayuso, ein Yates absetzen kann, dann kann man halt erst einen Venepul, Roglic oder auch Wingegaard in die Führungsarbeit reinzwängen. Die verbrauchen dann Körner und dann, wenn die angeschlagen sind, kann in der zweiten Aktion dann Tadej Pogaccia drüber attackieren. Also das wäre das klassische Vorgehen gewesen. Man muss eigentlich immer erst mit der zweiten Option erst attackieren und sich den besseren Fahrer für später aufheben, weil dieses drüber attackieren ist wesentlich effektiver. Und so hat man in meinen Augen ein bisschen die Situation verpasst, diese Karte zu spielen, dass die anderen Fahrer vom Team UAE auch noch relativ gut in der Gesamtwertung weit vorne lagen, zumindest bis jetzt. Man ist im Prinzip so gefahren, als wenn man eine klassische Eigenkapitänsstrategie hätte. Und nachdem diese Co-Kapitäne heute Zeit verlieren, muss man denen beim nächsten Mal, wenn die dann drüber attackieren, gar nicht so sehr hinterherfahren. Also das noch zum Thema Multikapitänsstrategie vom Team UAE. Ich finde, die fahren ein unglaublich starkes Rennen mit den einzelnen Fahrern. Aber von der Strategie wäre da noch ein bisschen Luft nach oben. Da gefällt mir Jonas Wiengegart heute extrem gut, wie der erst ja fast schon mit Auge den bisschen fahren lässt, dann seine Konkurrenten einsetzt, um für sich arbeiten zu lassen, um dann die Lücke wieder zuzufahren. Und so gehen wir in eine Situation rein. Berg auf Sprint um den Tagessieg. Tadej Pogacar eigentlich der klar sprintstärkere Fahrer von den zwei Typen. Aber Jonas Wiengegart wohl mit dem weniger anstrengenden Rennverlauf bis hierhin. Und dann sehen wir tatsächlich, wie auf so einer schweren Etappe die Tagesentscheidung heute im Foto-Finish-Zielsprint entschieden wird. Jonas Wiengegart gewinnt wenige Millimeter vor Tadej Pogacar. Und als Dritter kommt Remco Venepoel ein mit einem Rückstand von knapp 30 Sekunden. Ohne Primoz Roglic. Was ist passiert? Primoz Roglic ist in der Abfahrt zu Fall gekommen. Wir sehen, wie hier der Lenkergriff komplett schief steht. Im Übrigen, das soll so. Zieht den nicht zu fest an, weil wenn ihr dann stürzt und der Lenker kann diese Energie nicht aufnehmen und sich wegdrehen, bricht dann dieser Carbonlenker auch gerne mal in zwei Teile. Aber wir sehen hier, wie Primoz Roglic in der Kurve ein bisschen zu spitz reingefahren ist. Der war wahrscheinlich schon hart am Anschlag und trifft die Kurve einfach nicht gut. Die Anfahrt an sich auch relativ anspruchsvoll, sehr schmal und eng. Viele 180-Grad-Kurven, auf denen man fast komplett zum Stillstand kommt. Aber zumindest nicht gefährlich, weil es geht auf der einen Seite nicht nach der Abfahrt steil den Abhang runter. Und es ist durch diese ganz engen Kurven, aus denen man ganz stark abbremsen und danach wieder rausbeschleunigen muss, auch eine sehr niedrige Grundgeschwindigkeit. Dadurch halt auch bei weitem nicht so gefährlich für große Verletzungen. Also Primoz Roglic hatte, glaube ich, als der Fall kommt keine 20-25 kmh drauf. Also gefällt mir wesentlich besser als das Ding beim Galipier. Man muss ja auch mal sagen, wenn was gut läuft, auch eine sehr schöne Änderung im Vergleich zu den Vorjahren sind hier überall diese gelben Linien. Also so Absperrbänder wie im Museum. Aber scheinbar brauchen die Zuschauer so eine gewisse optische Hilfe, um zu wissen, dass sie nicht auf die Straße drauf treten dürfen. Da gab es ja letztes Jahr wirklich dramatische Szenen, wo teilweise das Rennen blockiert war. Wo teilweise Angriffe von Tadej Pogacar nicht weitergeführt werden konnten, weil die Straße einfach zu war. Und das lief heute wirklich wesentlich besser und gesittet da ab. Daumen hoch! Aber werfen wir mal einen Blick aufs Tagesergebnis. Jonas Wingergaard gewinnt zeitgleich pro Tadej Pogacar. Und man wertet am Ende des Tages dann doch Primoz Roglic zeitgleich mit Remco Wendepoel. Ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass es heute wieder eine 3-Kilometer-Sturzregel gibt. Aber eigentlich auch eine gute Lösung. Das wäre ja das sportliche, normale Ergebnis gewesen. Und der Sturz im Finale hat halt viel Zeit gekostet. Ist schon ganz okay, wenn man da mal ein Auge zudrückt. Dann die erste große Verfolgergruppe. Julio Ciccone, Joao Almeida, Adam Yates, Mikkel Lander, Carlos Rodrigues. Und weiter nach hinten werden die Abstände dann doch schon ein bisschen größer. Felix Gall 2,38. Buitrago 3,34. Simon Yates 3,40 Minuten. Juana Yuzu 4,39 Minuten. Zusammen mit Matteo Jürgensen. Das ist in beiden Fällen ein herber Verlust für dann strategisch auf anderen Etappen. Auch Egan Bernal noch in dieser Gruppe um 4,39 Minuten. Dann eine Gruppe 10,45 Minuten. Jai Hindley. Enric Maas, Lorenz de Plüß, 12 Minuten 45. Thomas Gerent, also G, 22 Minuten 54. Genauso auch Richard Carapaz, 18 Minuten 26. Heute gab es richtig große Zeitabstände. Und das hier ist der neue Stand in der Gesamtwertung. Tadej Pogacar führt 1,06 Minuten vor Remke Wendepoel, 1,14 Minuten vor Jonas Wingelgaard. Primoz Roglic, 2 Minuten 15, heißt 1 Minute bis zum Podium. Und die ersten Co-Kapitäne Almeida, 4 Minuten 20, Ayuso, 7 Minuten 9. Und wir haben auch noch einen neuen Stand in der Bergwertung. Abramsen darf das Trikot weitertragen, allerdings jetzt nur noch stellvertretend. Tadej Pogacar führt auch hier mit 36 Punkten vor, Abramsen 33, Jonas Wingelgaard 28. Und zum Schluss noch einen ganz schnellen Ausblick auf morgen. Könnte wieder einen Massensprint geben, allerdings nicht so ganz eindeutig wie sonst. Leicht ansteigende Zielgerade und auch unterwegs wieder ein bisschen welliger. Also vielleicht jetzt mal die Chance für eine Fluchtgruppe. Oder was meint ihr, habt ihr Tipps, damit ihr hier auf die Wand für die Radsportexperten kommt? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Alles außer Binium Gemay oder Jasper Philipsen würde ich gelten lassen als Tipp hier für die Wand der Radsportexperten. Und dann geht's mir wieder ein bisschen.